mit der felco 600 geht das ruckzuck wenn du wissen willst was das teil kann ja dann bleib dran hallo willkommen da ist der reini rossmann vom survival shop über lebenskunst schön dass dabei bist ja felco 600 eine klappsäge die ich seit über zehn jahren habe ein schweizer qualitätsprodukt das ich das erste mal in einem bauhaus gesehen habe ich glaube obi markt heißt das bei uns in österreich weiß nicht ob es das bei dir daheim auch gibt und da habe ich mir die mitgenommen habe ein paar mal damit herum gespielt und habe gesagt okay das ist liebe auf den ersten säge zug sozusagen die säge ist eine schöne klappsäge das ist standardmäßig dieses bändchen natürlich nicht dabei das habe ich nur damit ich gut anhängen kann einerseits hier bei der hand und am rucksack sehr sehr leicht sehr sehr griffig extrem gut das schöne ist dass man auch das sägeblatt wechseln kann da kommen wir dann gleich dazu aber eines ist wichtig und ich habe die bei meinen trainings selten im einsatz warum weil es eine reine zugsäge ist und mir ist das am anfang auch passiert das gebe ich ganz offen und ehrlich zu dass ich zu viel wollte also ich wollte beim vorziehen druck aufbauen und das geht bei der überhaupt nicht das müssen die müssen wir komplett anders denken diese säge und beim herziehen und beim herziehen und beim herziehen und beim herziehen sozusagen den druck machen mit der zeit wenn man das ein bisschen geübt hat ist das alles überhaupt kein thema das haben wir bei der silky säge zum beispiel auch bei der bako die ich auch sehr gern habe bei der ist es eben egal und das war mir nicht klar und da habe ich das sägeblatt verbogen ich habe viele von denen sicher fünf sechs stück und einmal ist es dann beim training passiert dass es mir ein teilnehmer auch wirklich abgerissen hat obwohl ich gesagt habe zug aber sagen und verstehen und auch anwenden können das ist etwas anderes nicht dass der teilnehmer da jetzt ein fehler gemacht hat sondern das ist man halt nicht gewohnt also wenn du das aber gewohnt bist dann geht alles ruckzuck ratzfatz und sehr sehr schön so dann hier drücken damit kannst du die arretierung aufheben somit ist das ding eingerastet da kann auch nichts die kann auch nicht von alleine aufgehen dass es nicht irgendein billigstorfer klumpert wie man es auf amazon immer wieder kriegt obwohl die säge gibt es natürlich auch auf amazon billige eigenwerbung gibt unten den link zu mir im shop dort gibt es übrigens auch das ersatz sägeblatt oder auf amazon schon mal ja was auch gut gefällt ist dieser teil hier ja damit die säge weil sie ja beim zug du magst beim zug den druck ja ja liegt das richtig schön in der hand das ist wirklich sehr sehr gut gemacht und wie gesagt arretiert der klingen rücken oder der säge rücken der ist auch etwas scharf feuerstahl bedienung ist also grundsätzlich auch möglich runde geschicht im vergleich zur silky säge ist diese felco auch deutlich leichter das liegt daran wenn du dir mal den griff anschaust da ist ihnen kein metall mehr eingebaut nur hier vorne und sonst ist das stabiler schweizer kunststoff und das macht ganz einfach ja es ist extrem leicht und das ist schon ein vorteil und der große vorteil ist eben dass du das sägeblatt wechseln kannst mit einem schlitz oder ein kreuz schraubenzieher ist es vollkommen egal einfach aufdrehen das einzige was wichtig ist dass du hier unten die hand hältst das ist eine eine gegenschreibe also eine mutter gegenschraube das ist eine gegenschraube nein das ist die mutter die mutter und die fällt dann runter und das ist mir schon einmal passiert dass das ding dann so klein ist das und stell dir jetzt das hier im waldboden vor ist so richtig ein wunderschöner moment um das zu suchen oder also aufpassen stecke gleich eine meine heli context ja übrigens auch ein super teil habe ich leider nicht bei mir im shop das gibt es auf amazon gibt da unten den link eine super fließejacke die ich extrem gerne mag dann hier den schrauben den solltest du auch nicht unbedingt verlieren herausnehmen den versorge ich jetzt auch gleich und dann hast du das sägeblatt und dieses sägeblatt wie gesagt gibt es bei mir auch einzeln zu kaufen gebe da unten den link nimmst das hier und weiß ich nicht entsorgt es gibt es zum recyceln setzt dann hier das neue ein und einfach wieder zuschrauben das ist wirklich einfach alles in allem eine runde geschicht wie ich meine ich habe diese dinge ja schon seit vielen jahren seit zehn jahren im einsatz daher brauche ich keine langzeiterfahrungen mit dir teilen ihnen kann der folgendes sagen der vorteil ist sie werden nicht so leicht verloren wie zum beispiel die bako die bako ist komplett grün wenn du die verlierst viel spaß beim suchen das ist bei dir ein wenig einfacher wenn du dann noch ein bändchen eine schnur mit dazu gibst bist du gut unterwegs ich hänge die zum beispiel dann irgendwo auf und dann die findet man wieder das ist sehr sehr praktisch also ich mag das auch im lagerleben sozusagen der einzige punkt nachteil wenn ich dazu sagen mag ist dass man ein bisschen üben muss wenn man noch keine erfahrung mit der zugsäge hat weil die dann doch brechen kann oder sich auch verbickt das kann alles passieren aber sie verbickt sich zum beispiel nicht so leicht wie die säge von fiskars ja ich hatte mal eine fiskars säge da habe ich auch einmal wieder dazu gemacht mit der komme ich überhaupt nicht zurecht aber die finde ich super also lange rede kurzer sehen wenn du sie mal ausprobieren willst mal was anderes als silky ausprobieren willst dann bist du bei der felgo 600 war eine guten 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 spur ich gebe da unten billige eigenwerbung den link natürlich zu mir in den shop oder farmazon wie du magst hol dir auch gleich ein ersatzblatt mit dazu nicht weil du das relativ rasch brauchst sondern sicher ist sicher besser haben als brauchen das war's gibt da unten den link schreib mir einen kommentar hast du die felgo 600 was ist deine meinung dazu daumen nach oben oder nach unten ganz wieder max abo da lassen da geht es direkt in mein shop aber andere videos es hat mich gefreut und felgo 600 rocks